Mit einem kräftigen Nari! 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 Schaut euch dieses Bild an! Ein Wahnsinn! Liebe Freunde aus Kehlen, schön, dass ihr da seid! Bei so viel Bock kann man ihn noch gar nie gesehen. Und jetzt kommt unser Fanfarenzug, der Fanfarenzug König Wilhelm und die Schalmein. Wunderbar, dass ihr für uns spielt, hier in der Schlossstraße. Welch ein Sound! Ich muss euch jetzt ein bisschen Gas geben. Hör ich mich! Ich liebe dich! Und da kommt jetzt meine zweite Lieblingsdumpf, die Langen-Argener. Wir begrüßen euch mit einem dreifachen Sowieso! Alweino! Sowieso! Alweino! Sowieso! Alweino! Auf meinem Zettel steht der Lothar Borgerwerder-Zugfäuser. Herzlich willkommen, Lothar! Dass du... Sowieso! Alweino! Ich hab' einen Besuch in Tettnach, aber jetzt darf der auch noch eins sagen. Jetzt, ganz schuldig. Also... Meufahrt! EU! Meufahrt! EU! Sowieso! Alweino! Da sind's, die Langen-Argener, wir haben sie einfach drauf. Ich glaub, die war gestern die ganze Nacht im Schloss. So seht sie aus. Und da bringe ich jetzt ihr Schifter her aus Langenhagen. Der schöne Bodensee grüßt uns. Herzlich willkommen aus ihrem Tettnach. Wir begrüßen euch mit einem dreifachen Sowieso! Alweino! Sowieso! Alweino! Sowieso! Alweino! Sowieso! Man sieht's halt... You! Alweino! You! Alweino! You! Alweino! Alweino! Man sieht's in Langenhagen, dort geht was. Wir sehen jetzt den Schussengeist als nächstes. Also in Langenhagen kenne ich mich aus. Die Sage vom Schussengeist wurde vom Fischermeister Josef Schäfler Senior erzählt. Der wiederum von seinem Vater hörte vor langer Zeit, als die Not im Bereich der Schussmündung sehr groß war, hat der Schussengeist in hellen Mondnächten seinen Schlupfwinkel verlassen, um notleidenden Menschen zu helfen. Also wenn das keine Ansage ist. Wir begrüßen euch aus Langenhagen mit einem dreifachen Sowieso! Alweino! Sowieso! Alweino! Sowieso! Alweino! 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 Und man sieht auch hier wieder, Langenhagen ist ein großes Dorf. So ein Haufen Narren und heute alle in Tittnang. Alweino! Liebe Pfeleller, herzlich willkommen! Wir begrüßen euch mit einem dreifachen Sowieso! Alweino! Alweino! Sowieso! Alweino! Sowieso! Alweino! Der Name Pfeleller ist auf den Ausspruch einer Langen-Argener-Fischerfamilie zurückzuführen. bei Föhnwetter, am Bodensee, hieß es Felele, Usa. Das heißt, der Föhn bläst uns entgegen. Sowieso! 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 Der landt nie aus. Und jetzt kommt da der Truck mit den Senatoren. Die Senatoren, das Beste, was langen Augen zu bieten hat. Ich meine, schaut euch das an. Wir begrüßen euch mit einem dreifachen Sowieso! 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 Die Senatoren auf dem Wagen, sie sehen blendend aus. Alles gut. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr den weiten Weg nach Tettnang eingetreten habt. Wonn wir da?